Wir starten mit der 10-minütigen Technikeinheit für F-Jugend und E-Jugendspieler zu Hause. Wir haben hier den Ball, der ersten Übung, einfach wollen wir mal ein bisschen seitlich dribbeln, nicht weit, ein, zwei Kontakte. Und dann ist die Vorgabe mit der Sohle, hier unten, der Sohle die Richtung zu ändern, 180 Grad. Zum Beispiel kann ich den Ball so ziehen und zur anderen Seite dribbeln. Ich könnte auch den Ball anstatt so zu ziehen, den Ball auch so einfach ziehen. Ich kann ihn auch hinter meinen Standbein ziehen, das kannst du machen, wie du möchtest. Einfach auch mal den linken Fuß benutzen, immer ein, zwei Mal dribbeln, Richtung ändern mit der Sohle. Ein, zwei Mal dribbeln, kann auch am Anfang auch draufsteigen und danach erst ziehen, wenn es einem zu schwer ist, ihn draufsteigen und dann Richtung ändern oder man zieht ein bisschen, okay? Bist du bereit? Und los geht's. Genau, super. Und einfach ein, zwei dribbeln und Richtung ändern. Ja, mal mit links, mal mit rechts, wie du willst. Die Profis machen es immer abwechselnd, links, rechts und auf geht's, komm. Einfach mit der Sohle die Richtung ändern. Genau, ja, ein bisschen schneller, komm und schnell die Richtung ändern, wieder weg dribbeln und wieder die Richtung ändern, komm. Sehr gut. Ja, ja, gut, so, super. Und Pause. Dann als nächstes Arme kreisen, kennst du schon? Ja. Gut, so. Nach vorne die Arme kreisen, beide, beide Arme nach vorne, komm, komm, komm. Ja, schön langsam, entspannt, okay? Wir wollen uns ja ein bisschen erholen und dann mit dem Ball Gas geben. Ändere mal die Richtung, genau. Gut, machst du das. Und weiter geht's, komm. Wieder dribbling, komm, dribbling. Und mit der Sohle, ja, zieh den Ball mit der Sohle ein bisschen weiter, ja. Und du bist hinten, ja, genau. Und dann sofort drehen, ja. Ja, und versuch nicht zu weit links, rechts zu arbeiten und wieder drehen, komm. Nur so ein, zwei Meter dribbeln und wieder sofort wieder drehen, sofort wieder drehen, komm. Und wieder drehen, komm. Ja, genau. Da ist Tempo drin. Immer mit jedem Schritt deinen Kontakt. Gut, so. Auch mal mit rechts, ja. Sehr gut. Immer verschiedene Drehungen. Und wieder Arme kreisen. Los geht's, komm. Ja, super. Ja, schön ausgestreckt sollen die Arme sein, ne. Beide Arme schön ausstrecken hier in den Ellenbogen, ja. Und langsam. Nah am Ohr. Schau mal, ganz langsam. Großer Kreis, aber ganz langsam. Richtung ändern, rückwärts. Oder du kannst auch schnell machen. Gut machst du das. Pause durch die Nase ein, ausatmen, wenn es geht. Und wieder dribbeln. Komm. Und los geht's. Ja, genau. Sehr gut. Super. Ja, einfach durchziehen, die Richtung ändern. Super machst du das. Sehr gut. Und Pause. Nochmal Arme kreisen. Genau, während ich schon die nächste Übung erkläre. Langsam, einfach langsam kreisen. Vorwärts langsam kreisen. Da am Ohr vorbei. In der nächsten Übung machen wir eine sogenannte Schere. Der Ball liegt vor dir. Und du gehst so von außen über den Ball. Nicht ein Übersteiger, sondern so das Gegenteil. Und dann nimmst du mit dem selben Fuß die Außenseite und gehst rüber. Dann machen wir hier auch eine Schere. Mit dem anderen Fuß wieder ein Außenseitkontakt. Schere, Außenkontakt. Schere, Außenkontakt. Okay? Passt. Ist die Übung klar? Okay. Ich zeige es nochmal ganz langsam. Also hier ist die Innenseite so. Und dann täuschen wir an, mit der Innenseite zum Ball zu gehen. Dann gehen wir aber dann am Ball vorbei. Und Außenseitkontakt mit der selben Seite. Und los geht's. Wie gesagt, wenn einem die Übung ein bisschen schwerer fällt, nicht so schlimm. Super machst du das. Man kommt dann rein. Du musst einfach öfters üben. Ein bisschen öfters sich das anschauen. Dann kannst du das auch. Und wenn es drei, vier Mal dauert, drei, vier Trainings halten. Und dann kannst du es erstes auch nicht schlimm. Dann mach einfach das Training öfters. Gut. So immer, der Ball soll immer in Bewegung sein. Genau. Bring den Ball in Bewegung. Komm. Bring den Ball in Bewegung. Komm. Ja. Ein bisschen weiter vor dir legen. Gut so. Komm. Komm, komm, komm. Ball in Bewegung. Der Ball ist zu langsam. Weiter geht's. Und Pause. Geh mal in Tiefhocke. Ja, Pause. Einfach in Tiefhocke runter. Ja, genau. Gewicht ist nicht hier nach innen fallen, sondern hier mehr gleichmäßig das Gewicht auf dem Fuß verteilen. Schau mal nicht so nach innen fallen. Mehr so ein bisschen den Knien auseinander. Brust raus. Arm in der Luft. Fersen am Boden. Gut so. Und Brust raus. Sehr gut, machst du das. Ganz wichtig, will ich oft damit trainieren, um besser zu werden auch. Dann mindestens zweimal die Woche. Und wieder die Schere. Mit Außenseitkontakt. Und los geht's. Komm. Weiter, weiter, weiter. Und los geht's. Ja. Gut so. Und weg. Und weg. Komm. Schere und weg. Ja. Schere und schnell weg zur anderen Seite. Macht nichts, macht nichts. Ja. Den Kontakt ein bisschen weiter. Genau. Ein bisschen weiter mit links. Sehr gut. Super. Gut so machst du das. Super. Schon anstrengend. Ein bisschen. Komm. Komm. Bleib im Tempo. Und wieder aktiv hocke. Komm. Komm runter. Ja. Und weiter geht's. Knie ein bisschen weit auseinander. Schau mal. Genau das. Dass der Fuß nicht so nach innen. Dass du gerade da stehst. Mit den Füßen. Ja. So. So ist besser. Ja. Ja. So super. Mehr mit. Und Brust raus. Genau so. Lange einatmen. Kurz halten. Langsam ausatmen. Gut machst du das. Dann machen wir nochmal die Schere. Letztes Mal die Schere. Super. Ja. Weiter geht's mit links. Gut so. Sehr gut. Schön ausruhen. Jawohl. Und wieder die Tiefhocke. Gut so. Als nächstes machen wir so eine leichte Kräftigungsübung. Na ja. Wenn ihr fertig seid. Dann stellen wir uns auf ein Bein. Das andere Bein ist gestreckt in der Luft. Und geht immer so weit nach oben wie es geht. Und wieder runter. Und wir bleiben auf dem einen Bein die ganze Zeit stehen. Wir sind noch in der Tiefhocke. Denkst du dir ein bisschen Knie auseinander. Ja genau. So super. Und auch kannst du aufstehen. Könnt ausstehen. Okay. Nächste Übung. Wie gesagt. Auf ein Bein stellen. Kannst du gleich mitmachen. Das andere Bein ist gestreckt in der Luft. Und langsam hoch. So hoch wie es geht. Langsam. Kurz halten. Und langsam wieder zurück. Und los geht's. Komm. Langsam hoch. Langsam hoch. Gestreckt. Und wieder langsam runter. Und wieder langsam hoch. Ja. Einbeinige Stabilität. Komm. Langsam hoch. Nicht ausholen. Ja. Und langsam runter. Und wieder langsam hoch. Ausgestreckt. Und so hoch wie es geht. Wenn es nicht so hoch geht. Nicht so schlimm. Gut machst du das. Ja. So hoch wie es geht. Und wieder runter. Hoch 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 hoch. Und wieder runter. Sehr gut. Gut. Dann wechseln wir die Seite. Auf geht's. Ja. Hoch 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 hoch. Halten mehr mit links. Komm. Halten nach oben. Ja. Nicht zurücklehnen. Langsam hoch 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 hoch. Und halt 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 halt. Langsam langsam zurück. Gut so. Langsam zurück. Gut machst du das. Gut so. Das ist wichtig. Nur dass wir härter mit links schießen können. Dass wir besser einen Torschuss mit links bekommen. Die Stabilität trainieren im Standbein. Komm. Einmal noch. Okay. Passt. Nächste Übung. Rollen wir den Ball. Einmal rüber. Und dann mit der anderen Seite einmal rüber. Okay. Auf geht's. Genau. Rollen. Und mit immer abwechselnd rechts links über dem Ball. Rollen. Gut so machst du das. Sehr gut. Weiter geht's. Komm. Super. Ja. Schön zur Seite lehnen. In die Richtung wo du willst. Ja. Gut so. Super. Und nochmal auf ein Bein stellen. Komm. Stell dich aufs linke Bein. Und gestreckt hoch und runter. Komm. Ja. Kurz halten. Und langsam zurück. Super. Langsam hoch. 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 Gestreckt. Komm. Sehr gut machst du das. Ja. Hoch. 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 Und hoch. 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 Komm. Langsamer zurück. Einmal noch. Komm. Hoch. Hoch. Und ganz langsam zurück. Und Seite wechseln. Langsam zurück. Super. Gut. Schön hoch. Ja. Nein. Nicht in die Knie gehen. Komm. Standbein ist gestreckt. Ja. Und langsam zurück. Du machst das super. Du gehst vielleicht ein bisschen zu hoch sogar. Versuch lieber nicht ganz hoch, aber dann halten. Oben halten. Komm. Oben halten. Und langsam zurück. Genau. Super. So soll es ausschauen. Und ein letztes Mal noch rollen. Dann hast du es für heute. Und rollen. Komm. Rechts rollen. Links rollen. Super. Über den Ball. Den Ball zur Seite rollen. Mit der Innenseite der Sohle. Ja. Komm mit ein bisschen Tempo. Ball weit rollen. Ja. Super machst du das. Sehr gut. Und Pause. Kannst kurz was trinken gehen, wenn du möchtest? Ja. Okay. Super. Das war die heutige Einheit. Super gemacht. Na, bleib dran. Mach die öfters. Dann wird es auch immer einfacher fallen. Wir sehen uns im nächsten Training. Mach's gut. Ciao.